Wilhelm Stolle, das ist ein in vierter Generation geführtes Familienunternehmen mit über 110 Jahre alter Tradition als Maschinenfabrik und Eisengießerei. Als europaweit führender Hersteller von Aufspannelementen erfüllen wir höchste Ansprüche in der Energie- und Automobilindustrie, vom Maschinenbau bis zur Messtechnik. Präzision aus einem Guss, komplett fertig bearbeitet, alles aus einer Hand, das ist Stolle.